So Leute, herzlich willkommen zurück zu Illusion of Time. Wir waren hier stehen geblieben, bei keiner freundlichen Zeitgenossen. Diese goldenen... Den kann ich noch nicht, auf keinen Fall. So, mal gucken, ob hier noch irgendwas ist. Ich glaube, unten war auch noch irgendetwas. 19 Gegner. Ach Gott, das ist ganz schön lang, muss ich sagen. Oh, das blaue Gelump hier. Sechs Leben haben wir schon gesammelt, also es ist richtig krass. Ja, Spinnchen! Ey, geht die jetzt hin und her, oder was? Holzziffer echt, habt ihr gesehen? Jetzt hab ich schon gedacht, ich seh ein Portalfeld wieder, aber nein. Okay. Skurril. Geschmeidige Spinnen gibt's hier, muss ich schon sagen. Da oben geht's auch noch weiter. Also, es ist riesig, es ist riesig, Leute. Das könnt ihr mir gar nicht glauben, aber es ist wirklich so. Hau doch nicht ab, du toten Mist! Du toten Mist! Ach Gott, Leute. Das Spiel... What the... Den einen kann ich nur fertig machen, den anderen nicht. Den da kann ich auch noch... Ah, doch, ich kann beide. Den kann... Den kann ich schon fertig machen. Okay. Elf Gegner, ein Schatz. Da komm ich dann wieder hier am Anfang, oder was? Aha. Sehr schön. Ah, ich komm hier zum Schatz, okay. Pff. Das sind die Pilztropfen. Und ober mir ist direkt so etwas. Aber im vorherigen Ding war ja auch irgendwas, ne? Ich brauch immer die Pilztropfen. Und ich hab schon eine Schatztruhe, konnte ich ja nicht finden. Das ist echt voll fies. Oh, wo muss ich da jetzt hin? Hier, oder was? Pssch. Wow. Äh, sammeln wir mal bitte ein. Dankeschön. Geht's jetzt hier weiter, oder geht's da oben weiter? Boah. Ach, du Scheiße. Das ist so viel. Oh. Nein, nein, nein. Ich mach immer das Gleiche. Okay. 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 Euch kann ich da unten nicht treffen. Ja, schön für euch. Jetzt bin ich hier wieder. Ach, da, wo ich vorher gerade war. Okay. Sieben Gegner. Das ist ganz schön kompliziert, muss ich sagen, Leute. Also, pff. Den... Ach, da war ich ja. Den treffe ich ja nicht, ne? Was ist denn, wenn ich das mache? Oh, Leute. Das macht mich ja ganz verrückt, weil ich nicht mehr weiß, wo ich schon war. Könnt ihr das euch merken hier? Ich nicht. Ganz ehrlich. Ach, da. Ja. Toll, oder, Leute? Oh, das ist Mist. Das ist richtiger Mist hier. Ach so, da komm ich wieder hier. Sehr unangenehm. Leute, das ist ein Irrgarden. Ich habe das Gefühl. Müll. Okay. Ach, das ist wieder... Ach, da komm ich an denen so ran. Ach, komm. An den komm ich schon ran, ja. Aber... Doch, an den komm ich auch ran. Okay. Tja, wo war vorhin nochmal der Anfang? Ich habe keine Ahnung, Leute. Das ist so fies. Ich muss jetzt dann nochmal ganz zurück. Also, ihr wisst schon, ins vorherige Teil, im vorherigen Part. Weil da waren ja auch solche losen Enden, die man verbinden muss eigentlich. Ich gehe mal wieder hier lang. Ich denke mal... Ach, jetzt bin ich wieder da unten. Zehn gegen... Aha. Bin ich denn hier jetzt? Aha. Ach, genau. Genau. Aber ich glaube, da fehlt ja voll die Hälfte. Es tut mir leid, wenn ich das nicht hundertprozentig mache. Aber ich habe gar keinen Überblick mehr. Das ist Mist. Da kann ich schon mal das einsetzen, aber... Behindert? Da fehlt mir voll die Hälfte. Ist egal, ich renne. Ich rush dann nochmal durch. Waaah. Genau. Setz dich mitten auf dem Schädel drauf, oder was am besten? Oh, Will. Oh, Will. Schnell weg vom Feuer. Sechs Gegner. Kein Schatz. Also kann ich keine Pilztropfen hier finden, oder was? Boah. Gegner auf Doom hier, oder was? Schau, schon wieder fast K.O. Was ist denn da nochmal gewesen? Acht Gegner geht es auch noch weiter, oder was? Okay. Und was ist hier los? Ich mache mir hier kurz ein Save-State, weil ich wissen will... Ach, hier kann ich auch drüber. Hier bin ich dann wieder... Ha! Hier bin ich dann wieder, wo ich vorhin war. Stimmt's, Leute? Oder nee? Wo bin ich denn da überhaupt? Hier gibt es aber auch noch drei Gegner. Hä? Wo bin ich denn? Leute, das ist sowas von verwöhnt. Oh, Leute. Das ist doch ein Mist, ein großer. Das ist die reinste Verirrung hier. Ich sehe vor lauter Grün und vor lauter Pilzen gar nichts mehr hier. Ganz ehrlich. Ich gehe mal kurz da rein. Ich weiß, ich mache mich hier aus dem Staub, aber... Leute, ich habe gar keinen Plan mehr. Ja, ganz genau. Ha! Stirb, du Mistradde! So. Sieben. Oh, Ship habe ich bekommen. Energie eigentlich. Okay, das ist mir echt... Nicht-Geheuer. Ich glaube, das ist niemandem Geheuer. Ich hasse diese... Totenviecher. Oh, ich... Lauf halt auch immer rein, ne? Keine Kontrolle über... Ah, scheiße. Wegrennen, wegrennen. Ach, der kommt von hier noch. Mhm. Kannst du nur mit deiner Fresse dieses blaue Zeug machen, oder was? Echt Behinderung, ey. Da muss ich dann hier lang. Okay. Ein Gegner noch. Da oben geht es auch noch weiter. Seien wir so in die... Ah, ein Gegner. Ah, ich bekomme auch mal was. Ist das jetzt Abwehr, oder was? Deine Stärke hat sich erhöht. Oh, das trifft mich fast noch, das Viech. Hast du gesehen? Hast du gesehen, Alter? Was soll das hier? So. Ein Schatz. Das war doch noch mit diesem Schatz hier, ne? Da war ich schon mal. Mist, aber auch. Ne, das ist der Schatz. Da war ich noch nicht. Am Ende ist... Ja, am Ende ist der Schatz. Perfekt. Schon die letzten Tropfen, oder? Ne. Ne, Teekessel gefunden. Hä? Was will ich jetzt mit einem Teekessel? Hexenkessel, oder was? What the... Was steht da? Der Krug ist mit Tränen gefüllt. Das ist sehr suspekt. Oh Leute, jetzt wird es eine Raderei, wo ich jetzt wieder hin muss. Also, ich muss alles abklappern. Hier bin ich fertig. Hier kann ich nichts mehr machen. Ist doch ganz klar, ne? Okay, dann gehen wir hier raus. Dann, wo muss ich jetzt hin? Ach Gott. Ach Gott, Allah. Da war ich ja. Achso, da geht's ja auch nicht. Bin ich hohl? Ich muss hier wieder zurück. Also, das steht schon mal fest. Hier muss ich... Aber dann, ne? Na, hier ist eigentlich nichts mehr, ne? Hier sind noch drei Gegner. Wo sollen die denn bitte sein? Ah! Herzlich willkommen, mein lieber Freund. Dich habe ich gesucht. Zwei Gegner. Die sind... Ach, das zeigt mir doch eigentlich an, dieses Radar, oder? Wie hohl bin ich eigentlich? Nach unten muss ich? Wie komme ich denn dann nach unten? Hiermit, oder was? Ach, dieser eine da. An den komme ich ja nicht ran. Hä? Ich bin sowieso ganz falsch. Okay. Lass mich nicht mutmaßen hier. Ich bin verzweifelt. Die Gegner werden ständig woanders angezeigt. Auch nicht schlecht. Oh. Wie mistig ist das gemacht? Ist das Absicht, dass man nicht weiß, was man machen muss hier? Ach, da war ich ja. Da war ich ja. Da komme ich wieder raus. Oh, das ist alles so verwöhnt. Das ist echt richtig verwöhnt. Oh, das ist echt mistig. So was hasse ich nämlich. Weil mein Orientierungssinn in Spielen ist grausam. In Real Life habe ich eigentlich die total gute Orientierung. Ach, dieses Viech. Da war ich ja schon. Stimmt. Ja, Leute. Die Aufnahme ist abgeschmiert. Ich war jetzt so vertieft. In dieses Spiel. Dass ich auch jetzt gar nicht weiß. Ah, ich habe ihn doch getroffen. Ah, ich habe ihn besiegt. Okay. Einer nur noch. Na dann. Fünf Gegner. Hier war ich doch schon mal? Keine Ahnung, wo ich hier schon mal war. Anscheinend sind hier noch fünf Gegner versteckt. Oh. Das sind alles... Ah, perfekt. Hallo, meine lieben Freunde. Ich habe auf euch gewartet, ihr sexy Schädel. Ja. Das war wohl zu spät von mir. Schnell das noch einsammeln hier. Ah, 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 ah. Scheiße. Aber perfekt. Weil ich mich verwandeln kann. Okay. Ist das jetzt richtig, hoffentlich? Hä? Ach, Bescheiße. Was ist jetzt... Nein, nein. Ist das eine neue Fähigkeit? Ah. Irgendwas passiert mit mir. Irgendetwas passiert mit mir. What the... Aura-Barriere. Kraft kann nun an... oder verbannt werden. Aura-Barriere. Aura-Barriere-Kraft. Die Aura-Barriere gehört zur dunklen Macht, die nur Freedom, der Dark Knight, aufbauen kann. Benutze die Macht der Aura, um eine Hülle um dich herum zu errichten. Oh, geil. Drücke bei der Attacke die L- und R-Knöpfe für Power. Schon wieder so eine Scheiße. Erstmal speichern. Auf jeden Fall speichern und aufladen. Oh, ja, ich weiß. Friedens Kraft... Kraft... ist die Aura-Barriere. Sie umhüllt seinen Körper mit einer schützenden Aura. Die Gegner des Berg-Temples sind stark. Benutze die Aura, um die Kämpfe zu überstehen. Oh, wie geil. Wie geil. Gleich mal ausprobieren. Tschüss. Keine Ahnung, ob es klappt, aber... Hier war ich auf jeden Fall noch nicht. Das kann man schon mal sagen. Okay. Geht das jetzt so? Boah! Leute, ist... Aha, wie lange hält diese Barriere an? Nur kurze Zeit. Wie lame ist das denn? Oh, ich brauche unbedingt hier noch diese Tropfen, oder was? Oder wie? Oder wann? Oder wo? Oder wo? Wo sind die Gegner? Ach, das ist da, wo man so lang läuft. Oben muss noch irgendein Gegner sein. Oh, ich weiß es doch auch nicht. Ah, hallo! Dich habe ich gesucht. Ein Gegner noch. Ein Gegner noch. Da kann ich nicht hoch. Nee, da auch nicht. Okay. Ja, irgendwo links hier, oder was? Äh. Ach, das war doch der eine noch, oder? Ja. Wow, fuck. Haha. Jetzt habe ich dich kalt gemacht, hä? Deine Abwehr hat sich erhöht. Boah, ich sammle volles Zeug, ja. So. Null Gegner, null Schatz. Sag mal kurz jetzt hin. Das ist jetzt wieder hier die Frage. Wo es lang geht. Sag mir mal, wo es lang geht, Junge. Äh? Ist mir eingebildet. Ich habe da einen Totenschädel gesehen. Okay. Ich bin auch schon hier voller... Oh, oh. Das war falsch. Name. Ja, jetzt bin ich wieder hier. Ich wollte da nicht hin. Jetzt bin ich wieder hier. Ach, du Scheiße. Wo geht es denn da weiter? Ach, wo geht es denn da weiter? Ich muss jetzt wieder in ein anderes Areal. Weil ich gucken möchte da nicht... Wo es eigentlich weiter geht. War hier nicht mehr irgendwas? Keine Ahnung, Leute. Ne, da war nichts. Ach, das war... Okay, hier ist das Tor. Es ist richtig hart. Wenn man nicht weiß, wohin es geht. Ist das richtig krass? Ich glaube, irgendwo... Ah, da unten. Ein Gegner ist es nämlich hier noch. Okay. Ach, ich kann mich, glaube ich, erinnern. Der war doch irgendwo da unten, oder? Wo ich nicht herangekommen bin. Kann das sein? Ich will da nochmal zu der einen Stelle hin, wo da eine Schatz noch fehlt. Der eine Gegner muss doch hier in der Nähe sein. Okay. Ich bin schon wieder zu weit oben hier, habe ich das Gefühl. Ah. Ah, da bist du. Mein Junge. Den wissen wir noch in dem Bad? Ach, scheiße. Lame. Den kriegen wir schon noch. So. Perfekto. Von dem kriegen wir ja voll die Sachen immer von diesem Schädel. So wird ja die Abwehr hat sich erhöht. So, da war es. Jetzt brauchen wir noch da die Stelle, wo der Schatz war. War das hier? Ja, hier war der Schatz versteckt. Und ich muss hier irgendwie mit Friedan. Am besten. Oder war es doch lieber besser, mit Will das zu holen. Scheiße, ich weiß es nicht. Das wird sich zeigen eigentlich, ne? Oh, wenn ich jetzt nochmal Friedan brauche, dann raste ich richtig aus. Oh, Mist. Wie komme ich denn da hin? Unmöglich anscheinend. Oh, Mist aber auch. Hier geht es wieder woanders hin. Oh, Leute. Das ist so ein Scheiß, wenn das alles so unübersichtlich ist. Und da oben komme ich, oder? Frage ich euch, oder was? Ihr wisst doch auch nicht wo, Schatz. Ja. Das ist so lame. Wehe, ich hätte jetzt Will gebraucht. Ich glaube schon. Das war jetzt wieder ein Fehler, ne? Scheiße. Da habe ich nämlich alles gemacht. Ich muss diesen einen Schatz finden. Aber da geht es nicht mehr weiter. Ich muss doch da irgendwie auf eine andere Art und Weise noch da reinkommen. Da ist ja auch schon alles gemacht, oder? Ah, Leute. Leute, Leute. Ja, toll. Da war ich doch schon, oder? Ja. Das hat mir auch nichts gebracht, wirklich. Pff! Ich wollte den Part eigentlich beenden, Leute. Ich war heiß, aber... Ich komme davon nicht los, weil ich nicht weiß, was ich machen soll. Der Schatz! Wo ist er denn? Der ist genau hier unten drunter. Haha. Scheiße. Ich habe richtig ausgekackt. Ich würde sagen, wir sehen uns hier wieder, weil ich auch nicht weiß, was ich machen soll. Das war die Yoshina. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.